Welche Aufnahmen können und in welchen Bereichen sollen kommunale Unternehmen tätig werden? Also eigentlich in allen Bereichen, denn in der Verfassung ist verbringt im Artikel 28 unseres Grundgesetzes, dass die Gemeinden ihre Angelegenheiten in eigener Zuständigkeit erledigen können. Und das bedeutet, dass sie zuständig sind für alle Fragen des Gemeinbedarfs, also für Wasser, Strom, für Elektrizität, für Gas, für die Abfallbeseitigung, denn wenn es nicht funktioniert, dann stehen die Menschen bei den Bürgermeistern auf der Matte und überklagen sich. Und welche Hürden gibt es nach Ihrer Erfahrung, damit Kommunen zum Wohl ihrer Bürger gewirtschaften können? Also was behindert die kommunale Daseinsfürsorge am meisten? Also das liegt zunächst an der Finanzaussetzung der Städte und Gemeinde. Die Städte haben nicht ausreichend Geld, obwohl das auch in der Verfassung steht, dass sie ihre Finanzen geregelt bekommen müssen. Nur da sieht das bei Bund und Ländern leider ganz gleich, wer regiert so aus, dass man nie genügend Mittel hat, um alle Aufgaben zu erfüllen. Aber es kommt darauf an, dass die Gemeinden in ihrer Selbstfindung sich so organisieren, dass sie die Lebensqualität so schaffen, dass sich die Menschen in den Städten wohlfühlen. In Ihrer Amtszeit ist es Ihnen ja gelungen, die kommunalen Wirtschaftsbetriebe zu erhalten. Und was haben Sie denen begegnet, die immer nach Privatisierung berufen haben? Ich glaube, dass viele Jahre, Jahrzehnte die Frage der staatlichen und der kommunalen Aufgaben sehr ideologisch betrachtet worden ist. Da gab es die Leute, die haben gesagt, die Privaten können alles besser und die Kommunen können das nicht tun. Und das musste dann weisgestellt werden. Die entscheidende Frage war und ist, dass die Stadt selbst entscheiden muss, ob sie eine Aufgabe allein wahrnimmt mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern, ob sie Eigenbetriebe gründet, ob sie Aktiengesellschaften gründet, die in kommunaler Hand sind, oder ob sie auch Aufgaben am Privatabend gibt. Das muss entschieden werden in der kommunalen Selbstverleihung. Und wir haben sehr darauf geachtet, dass wir für die wichtigen Aufgaben der Daseinsfürsorge auch die Entscheidung hatten und die Hand drauf hatten. Alles klar, das war's. Okay, alles. Ich freue mich. Ich habe ein Interviewpartner von RTL, der war über drei Meter groß, der ist sicherlich bei mir. Das hat immer Vor- und Nachteile, ne? Okay. Kommunen sind ja bedeutende Arbeitgeber, aber auf der anderen Seite sind viele von Ihnen überschuldet und damit von Kürzungen im Personal auch bedroht. Und wie lässt sich dieses Problem auflösen? Auf jeden Fall nicht durch Privatisierung, weil die Erfahrung zeigt, dass Privatisierung immer teuer wird. Es gibt 30 Jahresverträge, am Anfang ist es irgendwie billiger und später treiben sie die Preise hoch durch. Kluge Klauseln in den Verträgen. Ich glaube, wenn, dann muss man eine neue Gemeinde Finanzreform organisieren. Das heißt, es muss mehr Geld in die Kommunen geben, von oben nach unten. Und gleichzeitig muss man natürlich auch die Einnahmen stärken, auf allen Ebenen, um den Kommunen genug Basis für weiterarbeiten zu geben. Und wie soll denn das kommunale Wirtschaften Ihrer Meinung nach dann in Zukunft aussehen? Auf jeden Fall sozialer und gerechter. Also für mich ist wichtig, dass die Kommune eine Basis ist, wo Menschen unterschiedlichen Standes gleichberechtigt nebeneinander leben können. Wo sie genug für Bildung haben, wo es genug für die Kindergärten gibt, wo es für die Schulen, wo es genug Sozialarbeit gibt und so weiter. Um einfach den Menschen gleiche Chancen zu bieten, in dieser Gesellschaft ihre Entwicklung zu machen. Und das ist bisher nicht gegeben und da kämpfen wir für. Wie lässt sich die Rekommunalisierung von Betrieben wie zum Beispiel den Stadtwerken, Wasserwerken, Wohnungsbau und so weiter denn finanzieren? Indem die Umverteilung der Steuereinnahmen zugunsten der Kommunen endlich stattfindet. Schon lange vom Deutschen Städtetag gefordert. Von allen Parteien immer mal wieder ins Spiel gebracht. Von der Linken als einziger Kraft konsequent gefordert, durchgängig gefordert. Das ist eben wichtig, dass aus dem großen Steuereinnahmetopf mehr bei den Kommunen hängen bleibt. Denn es sind ja auch die Kommunen, deren Investitionen dann dazu führen, dass später wieder Geld zurück in den staatlichen Topf kommt. Das muss man immer wissen. Der Staat kassiert und die Kommunen tragen die meisten Lasten. Und diese Lasten sind ja auch dafür da, damit zum Beispiel Baustellen geschlossen werden. Dann tun die Baufirmen wieder Steuern bezahlen. Und diese Steuern landen in der Regel im nationalstaatlichen Topf und sollten eigentlich wieder transferiert werden an die Gemeinden. Und könnte man demokratische Reformen auf kommunaler Ebene durchführen oder wie würde die denn aussehen? Der Staat muss demokratischer, der Staat muss unternehmerischer werden. An die Tour, weglobt in die öffentlichen Unternehmen und dann in die Aufsichtsräte gesetzt, damit die da Häppchen essen und Cocktails trinken. Sondern es geht darum, dass wirklich tüchtige Unternehmer eingestellt werden. Und dass man sich mit sechs Semester Betriebswirtschaft darauf freut, beim Staat einen Job zu bekommen, wenn man Manager werden möchte. Dass Managementqualitäten angelegt werden. Und dann muss der Staat auch transparenter werden. Wenn wir den starken, freundlichen Staat haben, der unternehmerisch ist und demokratisch, dann können sehr viele Betriebe, Energiekonzerne, vor allem dieser Kreditsektor verstaatlicht werden. Dann können die kleinen Unternehmen, Handwerk, privat bleiben und können auch gestärkt werden. Und kriegen dann noch mehr öffentliche Aufträge. Eine letzte Frage noch. Werden die Kommunen nicht grundsätzlich im föderalen System benachteiligt? Ja, sie werden, wie Sie völlig richtig fragen, im föderalen System benachteiligt. Sie sind die Schwächsten und sie haben die größten Lasten zu tragen. Und deswegen gilt es, die Kommunen aufzuwerten. Und zwar nicht nur mit schönen Worten, sondern auch mit kaltem Geld. Super, das war's schon. Ratsignal für unsere Veranstaltungen. Wir geben euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich Beschlüsse. Demokratische Staatsreform, Statistik, Demokratisierung, die Zukunft des politischen Sektors. Das ist das Thema, das wir als Veranstalter, das heißt der DGB Wiedersachsen-Mitte und die Rosa Luxemburg-Stiftung Wiedersachsen, sich für diesen Abend gemeinsam überlegt haben. Ich will ganz kurz etwas zum Ablauf des Abends sagen. Wir haben erstmal verschiedene Runden hier auf dem Podium für Statements unserer Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen vorgesehen. Wir möchten dann natürlich das Publikum auch einbeziehen. Und werden dann in einer letzten Runde hoffentlich dann eine spannende gemeinsame Diskussion hier gemeinsam führen. Ich begrüße auch das H1-Fernsehen, was diese Sendung hier aufzeichnet. Also Sie müssen dann demnächst mal in der Programmübersicht gucken, wann diese Aufzeichnung im Fernsehen gesendet wird. Ja, und ich freue mich, dass wir hier also ein, glaube ich, schon sehr interessantes Podium haben, was ich also zunächst mal kurz vorstellen möchte. Ich begrüße also hier aus Hamburg Sigi Fries. Sigi Fries ist für Verbi Hamburg Landesbezirksfachbereichsleiterin für die Fachbereiche Bund, Länder und Gemeinden. Sie ist also direkt mit dem Thema Staatssektor, öffentlicher Sektor, öffentlicher Dienst befasst. Vielen Dank, dass du heute hier zu uns gekommen bist. Ich begrüße zweitens Dieter Dehm. Dieter Dehm ist Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke und auch Mitglied im Bundesvorstand der Partei Die Linke. Vielen Dank, dass du aus Berlin, glaube ich, heute zu uns gekommen bist. Und last but not least begrüße ich Herbert Schmalstieg. Herbert Schmalstieg dürfte allen hier anwesend bekannt sein. Ich sage trotzdem noch mal ein paar Sätze zu ihm. Herbert war von 1972 bis 2006 Oberbürgermeister von Hannover, also 34 Jahre lang. Er war, glaube ich, der dienstälteste Oberbürgermeister in ganz Deutschland. Korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt. Er war von 2000, Moment, jetzt muss ich gucken, nee, von 1986 bis 1989 Präsident des Deutschen Städtetages und ist Gründungsmitglied der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik gewesen. Also man kann, glaube ich, schon sagen, ein echtes kommunalpolitisches Urgestein. Deswegen würde ich also auch die erste Frage zum Thema an Herbert Schmalstieg stellen. Herbert, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen der sich doch sehr stark verschlechternden finanziellen Situation der Kommunen und der Privatisierungspolitik. Von der Privatisierungspolitik sind ja in sehr starkem Maße die Kommunen betroffen gewesen. Ich würde dich mal bitten, eine Einschätzung zu geben, wie ist die Situation der kommunalen Finanzen heute zu sehen und wie würdest du nach vielleicht 25 Jahren Privatisierungspolitik eine Bilanz dieser Privatisierungspolitik aus der Sicht eines kommunalen Finanzen ziehen? Ja, Uli, vielen Dank. Zunächst, was die finanzielle Situation angeht, der Städte und Gemeinden, die ist nicht rosig, die ist verheerend, weil wir heute in einer Situation sind, dass fast zweistellige Milliardenbeträge an Haushaltsdefiziten Jahr für Jahr entstehen, dass die Aufgaben zunehmen, dass die sozialen Fragen weitgehend in den Städten und Gemeinden gelöst werden müssen. Wir sehen in vielen Städten und Gemeinden die Armut, die Spaltung unserer Städte zwischen armen und reichen Menschen. Wir haben es mit einer Situation zu tun, dass zwar im Augenblick die Steuereinnahmen sich positiv entwickeln, aber es gibt ein sehr unterschiedliches Bild. Es gibt Städte, denen es finanziell relativ gut geht und andere Städte wissen nicht, wie sie ihre Haushalte auskleiden können. Es gilt insbesondere für die meisten Rohgebietstädte, die heute nur über Haushaltssicherungsgesetze arbeiten und praktisch jeden Bleistil, den sie kaufen wollen, durch die Kundalaufsicht genehmigt bekommen müssen. Das ist eine schlimme Situation. Und man dann auf der anderen Seite sieht, dass immer wieder, insbesondere die sogenannten Liberalen, versuchen, mit Steuergeschenken die Sache nicht zu verbessern, sondern zu verschlimmern. Zweitens, dass sie immer wieder versuchen, Hand anzulegen an die Gewährungsteuer. Das ist eine ganz schlimme Sache. Gott sei Dank gab es, das muss man fairerweise sagen, die Zusage der vorigen Bundesregierung, aber auch der jetzigen Bundeskanzlerin, die gesagt hat, wenn die Kommunalen Spitzenverbände nicht zustimmen, wird es keine Abschaffung der Gewerbesteuer geben. Die Kommunalen Spitzenverbände haben klar und deutlich gesagt, nein, wir stimmen denen nicht zu. Deswegen ist das Thema zunächst vom Tisch. Man weiß nicht, was die Neoliberalen und Konservativen wieder auf den Tisch legen, wenn sie, was man da nicht erwarten kann und nicht erwarten darf, in abzivaler Zeit bei Wahlen wieder zu Mehrheiten gelangen. Aber das ist die langeste Situation in vielen Städten und Gemeinden. Nun ist ja über viele Jahre das Thema der Privatisierung als ein Heilmittel angesehen worden. Es gab die, auch von den Medien, weit verbreitet, unterstützte Auffassung, dass alles, was die Kommunen machen, was der Staat macht, ist schlecht. Die können das nicht. Es gab sicherlich hier und da Versorgnisse, das will ich gar nicht runterlegen. Aber auf der anderen Seite wurde gesagt, die Privaten können alles besser. Und das war ein entscheidender und ein verheerender Fehler. Und Gott sei Dank haben wir heute eine gewisse Renaissance, was die staatlichen Aufgaben angeht und was die staatliche Ausführung von Aufgaben angeht. Das gilt in ganz besonderer Weise für die Kommunen. Dabei ist es ja gar nicht so weit her. Aber wenn man die Geschichte betrachtet und schaut an unsere Verfassung im Artikel 28 Absatz 2 und des Grundgesetzes, gibt es das Recht der Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Für mich war das nicht nur ein Recht, sondern wenn das so in der Verfassung steht, war das eine Pflicht, dieses auch entsprechend zu tun. Und wenn man über die Fragen des Gemeinwohls nachdenkt und schaut mal in eine Länderverfassung, bei der man das gar nicht macht, wenn man schaut in die Bayerische Länderverfassung zum Beispiel, da heißt es im Artikel 83, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht, Gas und elektrischer Kraft ebenso wie die Gemeindebetriebe, der Wohnungsbau, die örtliche Kulturpflege und der Erwachsenenbildung, das örtliche Gesundheitswesen und die öffentlichen Bäder gehören in den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden. Nun war das nicht die Auffassung, wie ich das so sagen darf, der damaligen CSU, sondern der Högner, der sozialdemokratische erste Ministerpräsident, der das war ganz kurz, war in Bayern, der hat das als Verfassungsvater in die Verfassung in Bayern hineingeschrieben. Darauf muss man sich auch immer wieder berufen. Ich glaube, dass, wenn ich von der Renaissance der Kommunalisierung gesprochen habe, von Aufgaben, dass das mittlerweile auch die Menschen begriffen und kapiert haben. Wenn man sieht, dass unsere neuen Freundin, der Obergemeister von Freiburg, seine Wohnung verkaufen wollte, da gab es eine Abstimmung, eine klare Mehrheit gegen den Wohnungsverkauf. Wenn man an Leipzig denkt, wo die Stadtwerke teilprivatisiert werden sollten, wo die Wohnungen, die Baugesellschaft, das Klinikum, die Verkehrsbetriebe, alle anderen Betriebe verkauft werden sollten, gab es bei einer Wahlbeteiligung von 41 Prozent eine Mehrheit von 87 Prozent, die das abgelehnt haben. Das heißt also, dass die Menschen inzwischen schon wissen, dass Daseinsvorsorge etwas ist, was sie brauchen und das auch von Seiten des Staates, von Seiten der Kommune gemacht werden muss. Und schauen wir nach Italien. Nicht nur, dass der Berlusconi eine Klatsche bei der Atompolitik bekommen hat, sondern bei allen anderen Abstimmungen, auch der Abstimmung, das Wasser zu privatisieren, 95 Prozent bei einer Beteiligung von 57 Prozent, in Südtirol waren es sogar 68 Prozent der Abstimmungsberechtigten, haben mit 95 Prozent gesagt, nein. Das heißt also, dass die Menschen inzwischen begriffen haben, dass wichtige Dinge, und dazu gehört das Wasser, dazu gehört die Elektrosität, dazu gehört das Gas, dazu gehört der Wohnungsbau, dass das nicht in private Hände gehört, sondern dass das in die Hände der Kommunen gehört, dabei muss die Kommune selbst entscheiden, wie sie das macht, ob sie das mit den eigenen Mitarbeitern hat, ob sie Eigenbetriebe gründet, ob sie eine Aktiengesellschaft, eine GmbH-Rechtsform wählt, aber sie muss das Sagen dabei haben. Das ist das Entscheidende in all den Fragen, wir werden sicherlich das nachher noch von Einzelpunkten vertiefen können. Es gibt eine Reihe von Beispielen, wo es Privatisierungen gegeben hat, beispielsweise in Schweden, wo man die Verkehrsbetriebe privatisiert hat. Erst war das ein großer Erfolg, da gab es mehr Linien und da gab es auch günstige Preise. In der Kürzester Zeit gab es nur noch zwei Monopolisten, die das sagen, eine englische Firma, eine französische Firma, und es wurde schlechter mit den Linienverbindungen, es wurde einig, denn es wurde gespart und, und, und. Und ich will jetzt gar nicht in der Debatte sehr übernehmen, was die Tarifverträge angeht, dass das natürlich eine moderne Form der Ausbeutung ist, wie dort die Mitarbeiter und Mitarbeiter oft behandelt werden. Ein Sonderthema, über das zu reden ist, weil es ja leider, gerade was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, ja auch unterschiedliche Tarife gibt für das private Gewerbe und für das öffentliche Handel, sich befindende Gewerbe. Also ich sage noch einmal, es ist heute, und wir können das an einer Vielzahl von Punkten hier aufzählen, Privatisierung kann man nicht von vornherein sagen, dass es verschlecht ist, aber es kommt darauf an, dass die Entscheidung bei den Städten und Gemeinden ist und es kommt darauf an, dass in den wichtigen Fragen wir auch die Verfügungsgewalt über diese Aufgaben behalten. Also es geht vor allen Dingen auch dabei darum, dass wir bei der Daseinsvorsorge nicht in eine Unkenntlichkeit, Unerkenntlichkeit hineinkommen, dass wir nicht in eine Situation kommen, dass sich die politische, demokratische Verantwortung unterordnet, marktradikalen Ideologien, und diese dürfen das nicht ersetzen, was von Seiten des Staates, auch Kabilität des Staates ist. Vielen Dank für dieses einleitende Statement, Herr Walsch-Malstieg. Zur Sichtweise aus Sicht der Betroffenen, der Beschäftigten, wird die Fries als Gewerkschafterin uns gleich sicherlich noch was sagen. Ich würde aber gerne erst mal Dieter Gehm eine Frage stellen. Dieter, Die Linke lehnt ja in ihrem Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm Privatisierung kategorisch ab und fordert den Vorrang öffentlichen Eigentums. Dem wird allerdings auch häufig entgegengehalten, auch übrigens von Seiten einiger Linker, das Versagen staatlicher Unternehmen. Und da wird dann beispielsweise auf die katastrophale und skandalöse Handlungsweise der Landesbanken hingewiesen, die ja öffentliche, staatliche Banken sind, die ja mit dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Finanzkrise gekommen ist. Was sagt denn ein Sozialist dazu? Also zunächst mal möchte ich mit zwei Geständnissen beginnen. Das erste Geständnis ist eine Liebeserklärung an Herr Walsch-Malstieg. Seit Juso-Zeiten war für mich das Gesicht von linker Kommunalpolitik eigentlich immer das Gesicht von Herrn Walsch-Malstieg. Ich konnte machen, was ich wollte. Das war so. Und als mir Leute im Vorbereiten dieser Diskussion gesagt haben, aber der hat auch dies oder jenes Mal körperschaftsprivatisiert und da gibt es auch Reimungsflächen mit den Gewerkschaften, muss ich dann ein zweites Geständnis machen. Auch ich war mal kurz davor, an einer Privatisierung mitzudelken als Stadtregierungsmitglied in Frankfurt am Main. Damals auch für die SPD bei den städtischen Bühnen. Es gingen reihenweise kleine und mittlere Theater über die Wupper und die bei drei Spaten, Theater, Ballett, Schauspiel und Oper bestanden auf ihren separaten Schreinereien. Und ich habe das einfach nicht begriffen. Mit der Kameralistik konntest du denen nicht beikommen. Die belohnt dafür, dass Geld gelegentlich auch zum Fenster rausgeworfen wird. Du konntest also dann nur an die Körperschaftsprivatisierung GmbH ran und dadurch budgetieren. Ich habe dann am Ende nicht zugestimmt, wie mein Freund Fred Geppert auch nicht zugestimmt war, aber wir waren kurz davor. Das heißt, es gab eine erste Phase, eine naive Phase der Privatisierung und der Körperschaftsprivatisierung, bei der selbst Leute, die eigentlich ein klares sozialistisches Bewusstsein hatten, ich halte mir das zugute, in Versuchung gekommen sind. Der Staat in seiner Behäbigkeit, in seiner nicht gerade demokratischen, nicht gerade transparenten und übrigens auch nicht sonderlich unternehmerischen Art, in der Art, wie Parteien ihre vierte talentlose Garnitur wegloben in die Aufsichtsorgane öffentlicher Unternehmen und sich dann wundert, dass diese Unternehmen kaputt gehen. Also da wird wirklich Schindluder getrieben mit öffentlichen Eigentum. Und die Parteien betrachten gelegentlich öffentliches Eigentum auf uns folgt. Und das, denke ich, ist ein Punkt gewesen, an dem die Privatisierer angeknüpft haben. Und die zweite große Privatisierungswende, die zweite große neoliberale Welle war dann eine, die ideologisch betrieben wurde. Die Allianz sponserte die Bild-Zeitung, damit sie die öffentlichen Renten kaputtredete. Es wurde gegen die Sparkassen und Landesbanken geschossen. Und da muss man auseinanderhaben. Die Sparkassen haben in der Finanzkrise gestanden wie ein Fels im Slamm. Und sie haben bis auf Lehmann-Papier kein einziges dieser Sauerei mitgemacht. Die Landesbanken sind ein Beispiel von mangelnder Kontrolle. Da ist nicht zu viel öffentliche und demokratische Kontrolle, sondern zu wenig öffentliche und demokratische Kontrolle gewesen. Und das ist ein Filz, die Bayerische Landesbank, der CSU, auch ein Beutegut der Partei CSU, die dann ihrem Freund Leo Kirch noch im Insolvenzverfahren so und so viele Milliarden in ihr Hintern geschluckt hat. Also das sind ziemlich nicht unternehmerische, nicht transparente, nicht demokratische Maßnahmen, an denen wir Kritik üben müssen. Ich will damit sagen, wenn wir wollen, also ich bin für eine Aufteilung, die großen Energiekonzerne, der Kreditsektor muss verstaatlicht und vergesellschaftet werden. Und es müssen auch zum Beispiel der Rettungsdienst in Hannover rekommunalisiert werden. Wir sollten ein breites, rötlich-rotes, rotes, dunkelrotes, hellrotes Bündnis schließen, weil alle drei Jahren in der öffentlichen Meinungsdarstellung nicht besonders reprisieren. Weder die SPD, noch die Linke, noch die Gewerkschaften, alles steht in der Frage, der Solidarität im Moment, wir rücken an der Wand, gemeinsam haben Probleme, Grüne und FDP machen wechselseitig die Aufzeigen, ist da 18% und bei uns liegen Probleme, Probleme den Gedanken der Solidarität zu vermitteln. Wenn wir das machen wollen, wenn wir sagen wollen, wir wollen rekommunalisieren, wir wollen Unternehmen verstaatlichen, brauchen wir eine große Staatsreform. Das heißt, wir sollten nicht zurückfangen, einfach nur sagen, den Zustand von vor 1991 wiederhaben. Oder von vor 1981 eigentlich begann die Privatisierung mit Helmut Schmidts ersten Haushaltsstrukturgesetz. Der Kohl hat das dann nur genommen und nochmal ausgewandt. Aber im Sündenfall ist das erste Haushaltsstrukturgesetz 1981. Wenn wir das wollen, dann brauchen wir eine kühne Vision des Öffentlichen. Der öffentliche Dienst, die öffentliche Hand ist nicht nur bei uns ein Verteidigungs-Ding, wo wir sagen, wir verteidigen das, wir wollen halte diejenigen aufbauen, wir wollen, dass keine Stellen gesprichen werden, etc. Das wollen wir auch. Aber wir brauchen eine Vision, fast einen Traum, in dem Sinne von Martin Luther ging. I have a dream. Wie soll der Staat aussehen, dass er wieder partner wird? Wie können wir den Staat so gestalten, dass er transparent wird? Wie können wir den Rechtspopulisten entgegentreten mit einer Vorstellung eines freundlichen Staates? Und wenn wir das Gemeinwesen nicht freundlich neu gestalten und reformieren, nur uns konzentrieren auf Defensive, dann werden wir, denke ich, wieder Schiffbruch erleiden. Deswegen wäre meine Bitte, aus deiner Frage heraus, lernen wir mehr von den Sparkassen als von den Landesbanken? Bei den Sparkassen zeigt sich, wie öffentlich-rechtliche Aufsichtsräte aussehen. Übrigens, das weltweit beste Rundfunk-Versorgungssystem ist öffentlich-rechtlich und heißt ARD. So schlecht sie ist, sie ist die Beste. So schlecht sie ist, sie ist die Beste. Die Tagesthemen, die Tagesschau ist das kredibelste Nachrichtenorgan der ganzen Welt. Es gibt außerhalb der BBC niemand, der kredibler ist und verbreiter und vertiefter ist als die Tagesschau. Aber die Aufsichtsräte könnten reformiert werden. Was soll eine Institution wie der Deutsche Hochstift im Aufsichtsrat des Hessischen Rundfunkes? Warum sitzt ATTAC nicht drin? Warum sitzt Greenpeace nicht in Aufsichtsräten? Warum sitzt Amnesty International nicht drin? Also wir haben doch gesellschaftliche Träger, die modern gewachsen sind, die endlich reingehören. Wir brauchen eine Debatte über die Demokratisierung des öffentlich-rechtlichen mit kühnen Visionen und dann werden wir, denke ich, auch den Rechtspopulisten und den EU-Liberalen in dem Sinne, die Herbert angesprochen hat, das öffentliche Heft aus der Hand nehmen. Und dann wird auch diese Offensive der Umfragen, dass man in verschiedensten Städten jetzt mittlerweile sieht, es geht eben öffentlich besser, wird auch diese noch vertiefter und verbreitender stattfinden. Danke schön. Ich habe es ja jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, was wir eigentlich in der zweiten Runde machen wollen. Wir werden das dann noch vertiefen. Ich wollte aber jetzt noch erst mal Sigi Fries, die Herr Hengelow gewartet hat, jetzt die Gelegenheit geben, mal aus der Sicht einer Gewerkschafterin, die tagtäglich ja mit diesem Thema auch zu tun hat. Und ich denke mal, Hamburg ist da auch nicht anders als andere Bundesländer, auch wenn es sozialdemokratisch meistens regiert worden ist, Ihre Erfahrung mit Privatisierungspolitik und zwar unter zwei Aspekten zu skizzieren. Einmal, wie hat sich Privatisierungspolitik deiner Meinung nach oder aus eurer Sicht auf die Beschäftigten ausgewirkt? Und der zweite Punkt, den ich glaube auch sehr wichtig finde, auf die Qualität öffentlicher Dienstleistungen. Nee, nee, das geht schon. Ich wollte eigentlich erst mal ganz anders anfangen, weil ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber wenn wir jetzt die Tage immer Griechenland sehen, dann erleben wir mittlerweile, dass sich das neoliberale Wirtschaftssystem durchgesetzt hat in allen EU-Ländern ohne das Gleiche und dass die im Prinzip mittlerweile versuchen, Staatsgebilde und Staatswesen zu bestimmen, egal wie wir darüber denken, aber sie entscheiden jetzt, das muss so und so laufen, die müssen verkaufen, die müssen ausverkaufen und für mich ist damit auch natürlich die Gesellschaftsform, wo es um die Gerechtigkeit etc. in Frage gestellt, ganz europäisch insgesamt und es ist sozusagen für mich ein Höhepunkt des Verkaufs staatlicher Angebote, staatlicher Organisierungen, Vergesellschaftungsorganisierungen und das haben wir die letzten 30 Jahre erlebt, dass immer mehr sozusagen der öffentliche Dienst ausverkauft wurde, ob es Wasser ist oder Schulen oder sonst was alles, wurde praktisch dem Markt zur Verfügung gestellt und wenn es so weitergeht, ist es wirklich so, dass Ratingagenturen und Börsen bestimmen, wie Staatswesen auszusehen hat, also ich finde, das ist eine hohe Gefahr. In Deutschland haben wir erlebt, dass die Deutschen eigentlich später dran waren und mittlerweile es trotzdem geschafft haben, über 30% der direkten Demokratie zu entziehen, indem sie es eben ausgegliedert haben, privatisiert haben, private-public-Partnership gemacht haben und so weiter. Also da gibt es irgendwie tausend verschiedene Formen und gleichzeitig haben sie in diesem Zusammenhang ein Drittel der Beschäftigten, die in allen öffentlichen Dienstbereichen, Einkörperschaften, Bund, Länder oder Gemeinden arbeiten, haben sie auch aus dem originären öffentlichen Dienst entfernt. Das ist entweder passiert, dass man irgendwie Abbaugeschichten gemacht hat oder man hat sie wirklich ausgelagert. Was bedeutet das für die Beschäftigten? Das war ja dann die Frage an mich. Für die Beschäftigten bedeutet das, dass sie mittlerweile nicht mehr der Beamte sind, wie es sozusagen als Vorurteil heißt, in der Bevölkerung, der irgendwie auf seinem Sessel sitzt und irgendwie wartet, bis die Pension antritt, sondern dass die Beschäftigten mittlerweile genauso verunsichert sind, wie in allen anderen Betrieben. Ich war heute früh noch auf einer Teilpersonalversammlung von Schulhausmaß und Betriebsarbeitern in den Schulen und da wurde auch deutlich, die haben schon wieder Angst, wird die nächste Marsche ausgegliedert. Was bedeutet das? Sind wir betroffen? Sind wir nicht betroffen? Also eine große Unsicherheit, eine große Angst, was bedeutet es für mein Leben, für meine Existenz, die Existenz meiner Familie und meiner Umgebung. Wenn dann so Privatisierungen passieren, gibt es sozusagen oft Vorfeldgeschichten, die auch diese Unsicherheit verstärken. Das sind erstmal die verschiedenen Umstrukturierungsmaßnahmen. Also das heißt, der öffentliche Dienstarbeitgeber behauptet, der öffentliche Dienst würde nicht genug wirtschaftlich arbeiten, also das ist egal, ob das CDU oder SPD in der Regierung sind oder Linke in Berlin, sagen sie, der öffentliche Dienst würde das nicht richtig machen und deswegen müssen wir erstmal den öffentlichen Dienst reformieren, aber gleichzeitig, weil es nicht so schnell geht, müssen wir einen Teil irgendwie auch rausgliedern. Das heißt, viele Leute erleben, innerhalb des öffentlichen Dienstes erst Veränderungen und weil es dann immer nicht so schnell geht, wie der Arbeitgeber das glaubt, führt es dazu, dass er praktisch die verunsicherten Menschen, die fünf, sechs Umstrukturierungsmaßnahmen erleben mussten, dann irgendwie versucht, auch noch rauszukriegen auf dem öffentlichen Dienst mit allen möglichen Überleitungsmangelverträgen, Besitzständen, was er sich angeboten von anderen Arbeitsplätzen und sonst was alles, versuchen sie die Leute irgendwie zu überzeugen, dass es doch am besten ist, dass sie draußen sind und nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten. Und das ist eine lange Leidensgeschichte, die die Kollegen erleben. Das verändert natürlich auch ihr Verhalten. Auch ihr Verhalten im Widerstand, ihr Verhalten sozusagen im gewerkschaftlichen Engagement. Also da könnte man auch nochmal ausgliedert diskutieren drüber. Wenn dann die Ausgliederung passiert ist, gibt es meistens diese Gruppen, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, die noch relativ gute Arbeitsbedingungen haben, weil wir gut sind in der Verhandlung für Leute, die da sind. Da gibt es ganz gute Bedingungen, aber für die Neuen ist es oft eine absolute Katastrophe, weil da gibt es oft für die, die übergehen, Tarifverträge für die Neuen gibt es gar keine mehr oder es gibt schlechtere, es gibt schlechtere Löhne. Das ist ja der Sinn und Zweck. Sie wollen ja, Sie sagen ja, der Privat wäre billiger und die einzige Schraube, die Sie aufdrehen können, ist erstmal beim Personal und bei den Löhnen und das versuchen Sie auch und Sie wollen natürlich nicht einen Beschäftigten haben, der abgesicherten Arbeitsplatz hat und sich wehrt, sondern Sie wollen einen haben, wie sich Privatwirtschaft das vorstellt, mit heuer und vor allem möglichen und das ist der Hintergrund. Das heißt, es gibt bei den Kollegen keine Gewinner oder Gewinnerinnen, das sind ganz wenige in oberen Metagen, sondern die Neuen haben Schlechtungsbedingungen und die Alten krebsen so an ihren Besitzständen rum. Also eine Katastrophe für die Beschäftigten und jetzt kommen wir zur Qualität und qualitätsmäßig sagen die Kollegen selber auch, zumeist eine Verschlechterung. Das kann man nicht für alle Bereiche sagen. Da hat Dieter ja auch angesprochen, es gab die ersten Großprivatisierungen, wo Energie oder andere Bereiche, die wohnen, sozusagen, erst mal unheimlich viel Geld reingebuttert wurden und Verträge mit diesen Privatunternehmen abgeschlossen wurden, dass am Anfang eine Qualitätsverbesserung da war. Das war ja sozusagen der Sinn und Zweck, um Qualitätsverbesserung zu entwickeln, aber man hat danach dann angefangen, immer mehr kleinstückmäßig auszugliedern und zu privatisieren und da war es von vornherein eine Verschlechterung für die Bürger und Bürgerinnen. Da gibt es viele Beispiele bei uns in Hamburg, aber woanders auch, wo dann auf einmal die Schulterberatung nicht mehr so eingebunden war, wo Beratungsangebote nicht gab, gerade in sozialen Bereichen, wo Jugendzentren gekürzt wurden, Bäder zugemacht wurden und so weiter und so fort. Also da gibt es wahnsinnig viele, gerade in diesem kleinen Bereich, wo die Qualität immer mehr abgenommen hat und es gibt ja diese 30-Jahres-Verträge mittlerweile mit den Privaten, wo man dann sich ja ein Unternehmen kettet vom öffentlichen Dienst aus und die hat sehr viele Klauseln in ihren Verträgen, wo sie dann sagen können, das Geld nicht kommt, das wir eine Qualität kürzen. Das ist auch bei den Großunternehmen, das ist ein großes Problem und eine große Gefahr. Was wir allerdings auch mitkriegen, wir wollen natürlich nicht nur das Schlimme bei den neoliberalen Wirtschaftspolitikern sehen, sondern wir müssen auch ein bisschen in die Gewerkschaften reingucken, was wir auch mitkriegen, dass es doch in den Gewerkschaften, gerade in diesen großen Bereichen wie Energie, Wohnen etc., Mitglieder gibt, die auch Betriebsräte sind, die auch Betriebsgruppen ausmachen, die sich dann auch einmal sehr stark mit ihren privatwirtschaftlichen Unternehmen identifizieren. das hat damit zu tun, weil sie zum Teil auch Angebote bekommen haben, so dass diese Unternehmen vielleicht eher so an ihre Betriebsräte zufrieden zu stellen, immer in diesen großen Bereichen. das bedeutet auch, dass sie gezwungenermaßen meinten, sie müssen irgendwie die Nähe zum Arbeitgeber herstellen, das gab es ja viel in dieser Debatte, dann auf einmal auch, wir müssen Co-Manager werden und so weiter, da geht es uns noch besser und das merken wir zum Beispiel jetzt in Hamburg, da gibt es eine Initiative von allen Umweltverbänden, Mitkirche und Sozialverbänden, dass die Energie wieder verstaatlicht wird unter anderen Bedingungen, also gesellschaftlich anderen Bedingungen und da gibt es gerade die Betriebsräte aus diesen großen Unternehmen, die nachgefallen und irgendwie sich dagegen wehren, weil die sagen, privat ist besser. Also da müssen wir glaube ich auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass es nicht mehr darum geht, was die größten Unternehmer machen und zum Schluss kann ich auch sagen, wichtig ist glaube ich auch, dass wir eine Diskussion führen müssen, wie soll eigentlich Staat und staatliche Freien in Zukunft aussehen. Das haben alle beiden hier schon gesagt, das ist glaube ich eine wichtige Debatte, weil viele Menschen schon das Gefühl haben, Staat ist mittlerweile negativ und da müssen wir erst werben für, was wir für den Staat uns vorstellen. Das ist ja auch der Titel unserer Veranstaltung heute und ich würde jetzt unsere drei Gäste einfach mal bitten, dass Sie unter dieser Fragestellung zwei oder drei Punkte in einem überschaubaren Statement, also vielleicht nicht länger als zehn Minuten, wenn das möglich wäre, zwei bis drei politische Forderungen oder vielleicht auch Ideen in politisch-rechtlich-ökonomischer Hinsicht hier vortragen, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Und würde jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, erst mal Herbert Schmalstieg, dann die Bequise und zum Schluss die Bequise. Okay, ich bin jetzt da einfach mal in die Bequise. Ich bin jetzt da nicht die Bequise. Ich bin jetzt da Ja, ich bin jetzt da aber gerne anfangen. Also ich glaube, ein entscheidender, ein wichtiger Punkt ist das, was Willy Brandt in seiner ersten Regierung der Klärung als Bundeskanzler 1969 gesagt hat, mehr Demokratie war. Es ist ja so, dass damals belächelt wurde, übrigens über viele andere Punkte auch, nämlich da an den ersten Parteitagen, den ich miterlebt habe, der SPD in 1960 Hannover, wo Brandt als Kanzlerkandidat nominiert wurde und der allerdings unter anderen Gesichtspunkten vom blauen Himmel über der Ruhe sprach. Da haben Sie in eine Belächelt. Aber das war praktisch der Ausgangspunkt, wo gesagt wurde, wir müssen unsere Welt, unsere Erbe erhalten, die schützen für nachfolgende Generationen, in denen wir um den Umweltschutzfragen, Umweltschutzthemen kümmern mussten. Das ist dann wiederher aufgrund der Kohlesituationen. Es gab weitere Gründe, warum dort nicht mehr gefördert wird, das ist man nicht untersucht. Aber dieses Thema mehr Demokratie war, ist für mich eines der entscheidenden Punkte. Ich glaube, dass wir Elemente finden müssen, die die Menschen noch früher frühzeitiger einbezogen werden in politische Entscheidungen und zwar auf allen Ebenen, ob das die Kommune ist, ob das die Länder sind, ob das der Bund ist. Es muss eine stärkere Mitwirkung geben, wenn es darum geht, auch Grundsatzentscheidungen zu fällen. Es muss Elemente geben, dass die Bürger nicht mit überhöhten Quoten und Quoten an Volks- und Bürgerentscheidungen mitwirken können. Eine ganz wichtige Frage, glaube ich, für unsere Demokratie. Wenn wir eine stärkere Mitwirkung der Menschen schaffen, glaube ich, werden wir auch wiederum eine stärkere Beteiligung an Wahlen finden. Denn es ist ja das Thema der sogenannten Politikverdorßenheit auch weitgehend dadurch, dass die sagen, die machen nur so, was sie wollen und die sind alle gleich, ob die Geländen sind, die Wurzis oder die CDU oder die FDP, die Sorgen ist meine für sich. Das ist ja so die weitverbreitete Meinung. Und den kann man, glaube ich, sich wieder setzen, wenn es hier andere Formen der direkten Demokratie gibt. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen will, das ist das, dass wir in der Politik dafür sorgen müssen, dass Politik darauf achtet, dass das nicht zur bloßen Ware wird, was eigentlich nicht zur Ware werden darf. Fragen des Rechts, der Sicherheit, der Bildung, der Gesundheit, der Kultur, der natürlichen Umwelt. Ich glaube, dass sich hier Demokratie bewähren kann und bewähren muss. Da sind wir wieder auch bei dem Thema der Daseinsvorsorge. Wenn ich mir vorstelle, das wird auch nur zunächst im Rahmen einer Teilprogramisierung jetzt hier Sachsen der straffvolle Zug teilprogramisiert wird, da frage ich mich, wo kommen wir eigentlich hin. Das gilt für viele andere Fragen auch. Und deswegen brauchen wir nicht weniger Staat, sondern wir brauchen mehr Staat. Nun bin ich nicht, vielleicht kommen wir hin oder darauf, Bediener der Meinung, dass man die Banken verstaatlichen muss. Was man machen muss, ist, dafür Sorge tragen, er hat ja ein Plädoyer für die Sparkassen gehalten, dass man die Sparkassen, die öffentlich-rechtlichen Sparkassen stärkt. Dass man nicht immer wieder versucht, Hand an sie anzulegen. Und zwar in den Bundesländern, weil sie für die Sparkassengesetzgebung zuständig sind oder auch von Seiten der Europäischen Union, dass man sagt, hier muss dafür gesorgt werden, dass sie privatisiert werden, dass privates Kapital aufgenommen werden. Wenn man damit beginnt, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich nur sagen, dass das ist der Anfang, am Ende der Sparkassen, wenn man dort privates Kapital aufnimmt. Das ist eine Geschichte, wer Geld gibt, wird auch nicht bestätigt. Da kann man nicht von stillen Einlagen sprechen und sagen, die haben nichts zu sagen, wir können alles vertreten. Das ist nur ein Wettbewerb in den Übergangszeiten. Und wie sehen unsere Städte aus? Hier gibt es die eine oder andere Sparkasse, die auch, und meine Schwierigkeiten, das wird sich nicht so behalten, wie man es von Sparkassen erwartet. Aber, wer eröffnet den Konten für jedermann? Wer engagiert sich denn in der Kultur, im Sport, direkt oder durch Stiftungen? Das sind nur unsere Sparkassen. Und viele spielen andere, was sie mir waren. Das heißt also, wir müssen sehen, wie wir das, was dort bisher öffentlich recht ist, dass wir das auch entsprechend stärken, ausdrücklich sagen, dass sie auch ordentlich verhält, dass sie die Volkswaffen- und Reifenkassen. Also ich bin immer der Meinung gewesen, dass diese beiden Sektoren, Volkswaffen- und Reifenkassen, die Sparkassen, dann bin, sage ich das, neidlos, und die Sparkassen, das sind die Säulen unseres Kreditwesen. Und da müssen wir bewerben, dass wir Bündnispartner finden in all diesen Fragen, wenn es darum geht, dass es privatisiert wird. Wir müssen zusammenarbeiten mit den Umweltverbänden, wir müssen mit den Kundinnen und Kunden unserer Sparkassen, Bündnispartner, mit den Gewerkschaften, mit den Mietervereinen und, 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 wenn es um diese Fragen der Privalisierung geht. Dritten Punkt, den ich ansprechen will, der zwar nicht direkt zum Thema gehört, für mich, indirekt oder zum Thema für mich, gibt es den Satz, der mir zugeschrieben wird, wo gesagt wurde, ohne Städte ist kein Staat zu machen. Das heißt also, wir müssen in unserem Staatsaufbau darauf achten, dass die Städte und Gemeinden nicht das Fünfte Rad am Wagen sind, sondern dass sie praktisch das Fundament sind, dass sie die Basis sind. Bevor es Bundesländer gegeben hat, gab es schon 1946, nach der Befreiung von der Diktatur, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, bereits die ersten freien Wahlen in unseren Städten und Gemeinden. Dann kam es in der Niederlande, dann kam ist der Bund und wenn man hier etwas kaputt macht, ob das die Steuer ist, ob das Fragen sind auf der kommunalen Finanzausstattung, wenn man hier etwas kaputt macht, wenn man hier nicht sagt, die Städte und Gemeinden müssen gestärkt werden, dann wird es schlecht in unserem Staat bekend sein. Und wenn es den Schäden gut geht, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut, geht es den Sport gut, geht es der Kultur gut. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Ich würde einen Punkt noch in Landtüten, weil der Uli ja vorhin gesagt hat, dass Sie fast dreieinhalb Jahrzehnte hier Obermeister waren. Für mich gab es immer einen Punkt, der wichtig ist und den wir auf allen staatlichen Ebenen organisieren müssen. Das ist die Frage des Friedens, das ist die Frage auch der Toleranz. Wie gehen wir mit unseren Menschen um, mit denen, die einen Migrationshintergrund haben, wie gehen wir um mit Behinderten Menschen, wie gehen wir um, ich habe ja das zweite Vergnügen, Mitglied der Hattelverkommission des Landes Niedersachsen zu sein. Was ich da erlebe, Kolleginnen und Kollegen, das spurtet manchmal jeder Befreiung. Wie dort umgegangen wird. Und wenn sich der Innenminister unseres Landes hier hinstellt vor ein paar Tagen und sagt, wir müssen viel stärker uns gegen den Linksradikalkulismus setzen, dann fragen wir doch, was wir für einen Kopf, wir müssen uns in allererster Linie wenden, gegen das, was sie am rechten Rande und nicht nur am rechten Rande und was sie in der rechte Mitte hinein tut. Das ist eine Entscheidung. Wir brauchen zum Beispiel auch wieder in Niedersachsen eine landeszentrale politische Bildung, die diese Tiefurigierung abgestanden hat. Das ist alles wichtige und entscheidende Frage. Und für mich ist es eben ganz wichtig, dass wir uns engagieren, dass die Atom passend verschwinden, dass wir in den Städten dafür sorgen, dass die Millennium-Ziele erfüllt werden, in weniger oder etwas mehr als tausend Tagen mit jeder Einzelnen Politik und Frau was hast du getan dafür, um die Armut in der sogenannten dritten Welt zu bekämpfen. Die können jetzt noch viele, viele andere Punkte nennen. Das ist auch etwas, was wir transportieren müssen in die Bevölkerung hinein, dass wir auch unsere Aufgaben haben, die zu lösen sich, dass es hier auch große Armut und Not gibt. Aber wenn man in andere Regionen schaut, dann kann ein wirklich Angst und Bange werden. Ich komme gerade zurück, weil ich dort auch die vorliegsten Teile der Türkei in den letzten Tagen Wahlkampf begleitet haben und das auch miterlebt hat, wenn man sieht, wie da die Lage und die Situation ist und wie dort beispielsweise auch Menschenrechte immer noch in den Fressen mit den Füßen getreten wird, dann haben wir hier eine Menge zu tun. Deswegen sind die Fragen mehr Demokratie wagen, dafür sorgen, dass wir starke Städte haben und dass wir uns auch einbringen, möglicherweise einbringen, in eine Gesamtpolitik, wenn es um Freiheit, Frieden und Toleranz geht, das ist die entscheidende Frage der Zukunft. Also mein großer Traum oder mein großes Ziel ist, dass dieses neoliberale Wirtschaftssystem nicht das Ende aller Systeme ist für uns, sondern dass es sich irgendwann mal vielleicht dann auch erlebt. Und ich finde nämlich, wenn man die Welt anguckt zur Zeit, dann ist es sozusagen die Schere zwischen Augen und immer größer, auch in den Ländern ist immer größer, es erlauben sich sozusagen die Banken Dinge, die ich habe nie geglaubt, dass sie sich erlauben, die Wirtschaftsunternehmen bestimmen das Leben und beugen die Menschen auf und ich finde, da muss man was entgegensetzen. Das ist mal ein großer Traum, dass das nicht das letzte Wort ist. Auf dieser Grundlage gucke ich natürlich immer, was muss man ganz konkret machen und wo sind die richtigen Wege dahin. Da hat mehr Demokratie ein großes Thema angesprochen. Für mich ist ein Thema, dass wir wirklich mal gucken müssen, dass wir für uns definieren, was ist eigentlich da sein, wo sein, leben, wo wir leben, was muss ausgleichen für die Menschen da sein, wie wir als Staat aussehen. Gehört Pflege dazu, Umwelt dazu, Bildung dazu, sozial dazu, aber wie gehört es dazu, wie soll es organisiert werden, wer soll es machen, wer soll die Angebote organisieren, was brauchen die Menschen, was die Bedarfe haben sie, wir kriegen ja gerade mit, dass auf uns zurollt, ein großes Pflegeproblem und dass sie gerade die alten Menschen immer mehr verarmen, was ist da für uns der Standard, wie sollen die Menschen leben, sollen sie eine Mindestrente bekommen, das müssen wir alles, glaube ich, auch stärker miteinander diskutieren, stärker definieren, im Moment kriegen wir davon, dass wir uns wehren, wir wehren uns gegen Rente mit 67, wir wehren uns gegen noch mehr Abbau, wir wehren uns gegen noch mehr Verschlechterung der Bedingungen in der Pflege, Wasserverkauf oder sonst was alles, aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr Engagement wieder reinhängen, was wollen ein Queer, was wollen wir, die fortschrittlichen Kraft sind, wie soll das als vorn sollte aussehen, weil wenn man das nämlich formulieren kann, dann gewinnt man auch Menschen eher für eine Alternative, als wenn man nur sozusagen in der Gegenwart umlebt. Ich weiß, dass es schwierig ist, ich weiß, es ist an jedem einzelnen Punkt kompliziert, aber es ist ja für mich ein wichtiges Herangehen dran, da nochmal stärker untereinander zu diskutieren. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich mir die geschäftigten Situationen angucke, ist grundsätzlich mein Interesse, dass alle Menschen, die arbeiten, können und möchten Arbeit bekommen und dass der öffentliche Dienst, also gerade dieser Bereich, den ich gerne ausfragen möchte, dass der Vorbild ist. Und dass es wichtig ist, sozusagen, dass die Arbeitsgütigen überall auch so organisiert sind, dass die Menschen davon leben können, dass sie sozusagen jeden Tag Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen und nicht jeden Tag irgendwie Angst haben müssen, dass immer wieder was abgebaut wird. Und auf diese Grundlage muss für mich auch geprüft werden, wie öffentlicher Dienst eigentlich organisiert sein soll. Wenn wir jetzt sagen, die Jahrzeugsvorsorge soll so oder so sein, im Moment ist der öffentliche Dienst mittlerweile schwerpunktmäßig organisiert wie ein Wirtschaftsunternehmen. Also es gibt Produkt- und Kennzahlen, es gibt Benchmarking, Anzugbudgets, Unterbudgets, Überbudgets, es wird die ganze Zeit diskutiert, ob man das Klopapier da kauft oder hier kauft, was man da macht oder hier macht und es macht die Leute, die da arbeiten, hier drin und es verschlechtert die Qualität, weil die Kollegen weniger Zeit haben für den Bürger, sondern mehr damit beschäftigt sind, irgendwelche Statistiken und Vergleichsfragen zu machen und nachzuweisen, dass sie billiger sind als vielleicht die andere Stadt oder die andere Gemeinde oder der andere Bereich. Also mich ist gleichzeitig wichtig, bei einer Daseinsvorsorge auch sozusagen es so zu organisieren, dass es volkswirtschaftlich ist, bedarfsorientiert ist und nicht in einer Wirtschaftsorganisation, wie der Handwerker nebenan hat, sondern Staat ist was anderes, es ist kein Wirtschaftsunternehmen. Das wären die wichtigen Punkte für mich, wie eigentlich in Zukunft weiter diskutiert werden soll und Staat reformiert werden soll. Vielen Dank, bevor jetzt das Publikum zu Wort kommt, noch wieder neben als Letzter. Zunächst will ich erraten, nur den einen, ja, wo, dass wir mal eingesetzt, die Kunden haben, was die Verstattung in der Bank haben, aber ich jetzt erkläre, vielleicht finden wir doch dort auch eine Annäherung. Ich kann mir eine frändliche Koexperse von Sparkassen nicht sehen und der Deutschen Bank nicht vorstellen. Wenn du das gerangeltest, auch das halbe Prozent, was die Sparkassen haben, bei der Gemälde Aufnahme, du kennst das ja alles, das wird nicht auf europäische Änderung ständig wieder versuchen, das Spargelsystem anzugehen. Wir müssen uns klar bekennen, das europäische Recht hat einen, jedenfalls, dass die Eigentumsverhältnisse nicht angetastet werden, klar dazu bekennen, dass Kredite dafür da sind, richtigen Unternehmen, ob sie öffentlich sind oder Handwerksbetriebe privat, Kredite zur Verfügung zu stellen und nicht selber Finanzprodukte aufzulegen. Ich kriege von meiner Bank Finanzprodukte angeboten, da spekulieren Leute drauf, in den USA Händen und Pensionen einzukaufen, damit die Leute, wenn sie früher sterben, dann ihre Ansprüche abgeben. Das heißt Financial Bound ist wirklich zwei und ist von Hannover Leasing. Das ist Finanzprodukt. Dafür sind Banken nicht da. Das ist eine Perversion des händischen Denkens und im Übrigen, die Deutsche Bank hat Hitler finanziert, sie hat am Auschwitz profitiert, sie war die Mutterkonzern für die Deutsche Gesellschaft Beschädigungsbekämpfung E, das Zyklon B produziert worden ist. Sie haben sich gewundert, der Herr Absatz hat sich gewundert über 600% Umsatz plus und hat dann gedacht, das wären die vielen Läuse und Flöten mit dem starken Winter und so. Natürlich hat er das nicht gedacht, er hat es mir später in Nürnberg so erzählt. Also diese Damen am Weltkrieg, der wurde da gefragt, die sagte, ja, Deutsche Bank, wir waren nie fanatische Nazis, Krieg braucht Geld, Geld und noch mal Geld und die haben sie besorgt. Also ich finde, besser ist, dass man eine solche Bank, wie die Amerikaner übrigens gefordert haben, die haben das zerschlagen und die Beantwortung vor das Krieg erstellen, das haben die Amis gefordert, den Kongusbericht und ich finde, das ist heute noch unser Vermächtnis, allein schon das antifaschistische Gründen und die Grästerbank, die die SS-Bank war gleich mit, also das ist einfach unvorstellbar, dass solche Figuren auf Freien da sind, finde ich. Aber das ist eine ganz andere Sache, das habe ich in den Schauspiel so vertreten, ich finde, die Barkassen müssen gestärkt werden und Kredite sind dafür ein Durchstauberichter, da macht man keine eigenen Geschäfte mit, es geht nicht, dass die 1% von der EZB an die EZB bezahlen als Zinsen, 1% und geben es für 17% an den Bäckermeister weiter, der eine Teigmischmaschine gekreditiert haben will, oder weil seine Bonität eben schlecht geübt ist, oder sie geben es eben an Griechenland für 14% und so weiter, also das geht alles gar nicht, da musst du nicht anfangen, aber wir sind uns völlig einig, der Kreis und die Gemeinde und die Region weiß besser, ob da noch eine Wiener Feindbeckerei hin soll oder ob man den alten Bäckermeister erhalten sollte und ob der Handwerksbetrieg unterstützt wird oder ob der Zumach, das weiß ein Landrat besser, das weiß ein Oberbürgermeister besser, das weiß eine Sparkasse besser als eben eine Rankingagentur in Chicago oder Tokio und deswegen bin ich schon dafür, dass wir die ermächtigen und da sind wir uns denke ich völlig einig. Ein zweiter Punkt, jetzt mache ich es ein bisschen kürzer, weil das noch ein bisschen langeraten war, wenn Privalisierung Raub ist und Privat heißt nun mal Raub, Hausraub im Lateinischen, dann muss man eben sehen, ein Hauptdruck auf diese Privalisierung entsteht durch die EU und die entsteht eben auch deswegen, weil das ganze Primärrecht der EU nur Kapitalfreiheiten bevorzugt und die sozialen Rechte benachteiligt und da fordern die Gewerkschaften, fordern die SPD und fordern die Linke bedauerlicherweise in getrennten Sitzungen, darauf legt der Herr Gabriel Wert, in getrennten Sitzungen eine soziale Fortschrittsklausel im europäischen Primärrecht, damit endlich die Arbeitnehmerrechte über die Kapitalverhältnisse gestellt werden. Ich bin der Meinung, wir brauchen uns da nicht zu schämen, wir können das gemeinsam vortragen, wir sollten das gemeinsam in Begut geben, und gewerkschaftliche Aktionen einbringen, weil der Druck von der EU auf die Privalisierung enorm ist. Wir brauchen noch eine Vision einer EU, die ökologisch, demokratisch und sozial ist. Wir können nicht zulassen, dass Rechtspopulisten rumlaufen und gegen die europäische Integration wettern und damit Wahlen gewinnen in Ungarn, in Slowakei, im Niederland und überall Wahlen gewinnen mit solchen Parolen. Wir brauchen eine Vision eines demokratischen Europas, was auch wirklich sozial ist und auch ökologisch ist und wo wir auch raus müssen, aus Europa. Also wenn wir aussteigen national, dann müssen wir auch europäisch aussteigen, aus Europa. Zweitens glaube ich, dass wir zum Beispiel die Finanzämter umbauen können, als eine konkrete Reformmaßnahme. Ich bin dafür, dass wirklich Tausende von Betriebshöfern mehr eingestellt werden, das bringt der öffentlichen Hand mehr Geld, aber wenn wir es tun, dann sollten wir die Kleinstunternehmer schonen. Ich möchte, dass eine Abteilung in Finanzämter entsteht, wo ich als kleiner Handwerker, als kleiner Start-up, als junger Computerunternehmer meine Zettelwirtschaft denen entgegen und die machen mir einen Vorschlag für meine Steuererklärung. Da will ich keine Steuerverwaltung haben. Und dann kann ich das zustimmen nach vier Wochen oder nicht zustimmen. Ich bin nicht dafür, dass irgendein Zwang weniger ist. Die Finanzämter sollen ruhig den Zwang frei behalten. Aber ich bin auch dafür, dass man eine offensive staatet, dass die Finanzämter nicht mehr das schlechte Image der Stasi haben. soll wirklich jeder weiß, ohne starke Finanzämter gibt es keinen starken Staat und ohne einen starken und freundlichen Staat werden auch unsere Wünsche nicht warten. Und deswegen braucht man eben mehr Steuereinnahmen. Man braucht eben auch mehr Betriebsprüfer, aber man braucht Großbetriebsprüfer. Das Ding ist ja in Frankfurt, die Deutsche Bank 14 Jahre keine Betriebsprüfung, weil sich das Land Hessen auf offene Markte hinstellt und sagt, ja bei uns können alle Banken sich ansiedeln. Wir haben überhaupt keine Kursbetriebsprüfer. Da gibt es auch keine Kursbetriebsprüfer. Wir haben 14 Jahre am Stück keine Kursbetriebsprüfer. Das ist die Realität, das sind die Zahlen. Und dann haben wir den Mittelstandsbau und die Kleidung 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 Also das muss man alles mal reintun. Das denke ich ist, also die Finanzämter umbauen, ausbauen, aber auch reformieren, damit die Kleidung und die Kleidung und die Kleidung die Angst vor dem Fiskus verlieren. Das ist auch ein Stück, wo man aufpassen muss. Wir haben viel Unsinn mit den Kleidung und die Kleidung und die Kleidung betrieben. Wir haben auch in der Weibauer viel Unsinn betrieben und den rechten Jasen in die Küche betrieben. Man muss auch die kleinen Handwerksbetriebe besonders Acht geben, dass man da nicht die vergleicht mit der Deutschen Bank und mit E.ON oder mit Großkonzert. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und der letzte Punkt ist, ich finde, wir sollten die Genossenschaften wieder aufwerten. Ich finde, sie sind in die Räder gekommen. Genossenschaften sind eine wunderbare Sache. Da wird viel zu wenig drüber geredet. Und die Genossenschaften haben eine Reformperspektive, die jetzt sehr viele Probleme in diesem Land lösen könnten, wenn wir uns wieder den Genossenschaften etwas mehr zuwenden können. Also mit einem Wort, es gibt eine Menge Dinge, die ich mir vorstellen kann, auf deine Frage, wo wir den Staat reformieren, freundlicher gestalten, bürgernäher gestalten, ohne eine Perspektive des Staates, in dem Sinne, werden wir die Rechten nicht aufhalten, werden wir die Neoliberalen nicht aufhalten, und was der Staat vielleicht auch sich vergleichen sollte, wäre in jeder Frage immer gleich zu verbieten. Also ich muss ehrlich sagen, einerseits lässt man den Banken den blauen Himmel, da passiert überhaupt nichts. Jeder weiß, die haben die Möglichkeit, mit einem Fingerschnitt tausende von Menschen tot zu bringen, Hunger über die Menschheit zu bringen, und alles Mögliche, und andererseits kommt jetzt der hessische Innenminister Boris Rhein und möchte Alkoholverbot entschlagen. Und ich kann mir gut vorstellen, einen kleinen Landesparteiter, wo ich dafür Beifall bekomme. Kann ich mir gut vorstellen, kann mir auch eine SPD-Parteiter vorstellen, wo ich dafür viel Beifall bekomme. Ich will das empfehlen, wie wir ständig darüber nachdenken, wie wir den kleinen Leuten noch mehr Verbote draufdrücken, und die Banken machen weiter wie bisher. Man muss das umdrehen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass wir nicht ständig den kleinen Antiklicker wollen, sondern den großen, weil dort ist der Hauptbedarf, und das sind mittlerweile diejenigen, die am meisten sich asozial betätigen, nicht der Hartz-IV-Empfänger, sondern die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank. Die große Bank. Die große Bank. Die große Bank.